Der Film besteht aus zwei Teilen. Teil 1, grundlegende Informationen über das Tier. Teil 2, Geräusche des Tieres. Sie können die Geräusche so verwenden, wie sie wollen, wo sie wollen, wie sie wollen. Völlig kostenlos. Der Bär ist ein großes Säugetier, das für seine beeindruckende Größe und Stärke bekannt ist. Diese Tiere sind omnivor, was bedeutet, dass sie eine vielfältige Diät genießen, die sowohl Pflanzen als auch Fleisch umfasst. Bären haben eine bedeutende Rolle in verschiedenen Kulturen und Mythen rund um die Welt, oft als Symbole der Kraft und Ausdauer. Bären variieren erheblich in ihrer Größe, abhängig von der Artikel. Sie können eine Länge von 150 bis 250 Zentimeter erreichen und wiegen zwischen 100 und 450 Kilogramm. Diese Tiere haben eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren. Ihr Fell kann in einer Vielzahl von Farben vorkommen, darunter schwarz, braun, weiß und sogar bläulich bei einigen Arten. Bären sind omnivor und ihre Diät kann Pflanzen, Honig, Früchte und Fleisch einschließen. Sie sind auch dafür bekannt, Fische aus Flüssen und Seen zu fangen. Als Apex-Prädatoren haben sie in ihrer natürlichen Umgebung wenige Fressfeinde, jedoch können junge oder schwächere Individuen gelegentlich von Wölfen oder großen Katzenarten angegriffen werden. Der Mensch stellt durch die Jagd- und Lebensraumzerstörung eine erhebliche Bedrohung für Bären dar. Bären finden sich in einer Vielzahl von Lebensräumen weltweit, einschließlich Wäldern, Gebirgen und Tundren. Ihre spezifische Umgebung hängt von der jeweiligen Art ab. Während einige Arten wie der Eisbär hauptsächlich in arktischen Regionen leben, bewohnen andere, wie der Gritzlibär, Wälder und Gebirgszüge in Nordamerika. Bären haben sich an unterschiedliche Klimazonen und Umgebungen angepasst, was ihre weite Verbreitung auf der ganzen Welt erklärt. Gebirgszüge in Nordamerika 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 Gebirgszüge in Nordamerika